Wer hätte gedacht, dass man so einen Sonntagsspaziergang auch montags machen kann? Wir müssen etwas besprechen, Gandalf. Was denn besprechen? Meinen Anruf beantwortet. Gesundheit. Ich brauche eine Nachricht, die mich charakterlich ausmacht. Vielleicht wie du dieses Weiß hinbekommst. Ich habe wirklich schon alles versucht, sogar Tecweiß. Gandalf. Unglaublich, dass dir das aufgefallen ist. Du musst wissen, ich habe nach langen und rastlosen Jahren des Suchens und der Fehlschläge endlich die perfekte Waschmaschine finden können. Was brauchst du, Gandalf? 60 Grad Weißwäsche. Bitte. Dies ist der mächtigste Schleudergang in ganz Mittelerde. Fantastisch! Dem Schmutz keiner chance! Atemberaubende Frische. Nur von Nazil. Sagt dem Schmutz den Kampf an. Ich empfehle dieses Produkt. Und dieser Geruch. Was ist das? Das ist ein Hauch von Limette. Und außerdem habe ich mir die Haare geglättet. Das steht dir! Ha! Wirklich! Ich fühle mich wieder wie in jungen Jahren. Klick! Kst! Jep! Rate, wer auf Facebook ist. Ich nämlich. Raffel, sagte die Kartoffel. Und entschwand Gagaland durch die Wand. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfiehlt das Orakel von Delphi heute das Liken und Abonnieren. Der nächste Vollpreistitel von Die Gefährdeten kommt schon bald in die Läden. Und es gilt kommentieren und profitieren. Ein exklusiver Platz in der Kommentarspalte. Heute nur zum Preis einer sonnengereiften Mango.